sieht aus wie ein lava planet alle was geht denn jetzt hier ich weiß nicht ob das jetzt so toll erfahrer mit ding war hierher zu kommen weiß nicht wo bist du dann hast mich nicht allein holy fuck alle musste deine schrottmühle so beschissen dahin parken ist dein boden unten oder wäre ich jetzt gestorben holy shit habe ich gerade schreck gekriegt ich bin da gerade fast runter geflogen oder ach nee hier ist eine plattform okay kurz herzenfakt gekriegt was ja dann lassen wir hier wissen wir müssen saftladen da gibt sie noch was anderes warte mal gehen wir mal rechts rüber sieht auch so generell ein bisschen unfreundlich aus ich glaube da gibt es nichts erlass mal pissen und hier mal zum planeten angucken aber wenn die auch so unfreundlich sind wieder wie das hier mega unfreundlich what the fuck alles sieht der krank aus der planet hier schaut die raumstation auf dem weg so unbekannter planet scannen einsamer planet verrostetes metall kupfer und salz verrostetes metall warte mal oh da ist noch eine raumstation ja die ist ja irgendwie da auf dem weg aber lass mir erst auf den planeten scannen uns und dann der sieht schon echt trostlos aus der planet planet buddha der sieht richtig trostlos aus glaube ich verrostete metall sammlung okay oh warte was ist hier hier ist so eine drohne okay gravitino ball green laser terran manipulator ja lass mal hier so verrostetes metall abbauen vielleicht geht da ja was muss doch mal gucken was ich äh was ich brauche für die antimaterie geheißen ja das müssen wir auf jeden fall jetzt checken ach das ist einfach nur verrostetes metall wie du es aus den dingern raus bekommst dafür verschwende ich doch jetzt mal einen scheiß nicht alter verwalter ich glaube die spinnen man das ist bestimmt auch verrostetes metall ich könnte direkt einen hasen geben ich glaube das ist voll der kack auf dem planet lass mal abfliegen ob hier irgendwo gebäude sind das ist absolut gar nichts ich glaube das ist ein richtiger kack planet was brauchen wir denn jetzt für die materie oder hast du schon gesammelt ich glaube das ist ein richtiger kack planet was brauchen wir denn jetzt für die materie oder hast du schon gesammelt 30 braucht dann glaube ich warte ferritsstaub wo kann man das hier abbauen hier sieht es halt nirgends so aus die kleinen steine musst du dann abbauen ja hier landen einfach und dann bauen wir mal irgendwas ab und dann mit mal in die nächste galaxie können ich hab mir ein paar belge geklaut ja ich hol mir jetzt hier auch noch welche und dann gehen wir halt meine lebenshaltung wird auch unter sich grad holy shit holy shit ich hab glaub nen scheiß gebaut ja die schüsternte Eier ja da kommen die Viecher raus hast du genug munition holy shit kannst du mir helfen ich bin irgendwie gleich am Sack der hat mich getötet die Ratte scheiße man hatte ich das mal gewusst man die hat mich übel klar gemacht holy shit was passiert jetzt Schwarm löst sich auf hast du nämlich jetzt immer noch jetzt gehen die auf dich was machst du ja ich bin auch down alter was ist von Viecher ich hab auch so nen Alm hier raus geholt ja warum alter ich hab doch grad gesagt dass die dich übel klar machen ja ich hab gedacht dass die so Pissgegner sind wie immer ja die finishen dich halt hart ich versuch direkt ins Raumschiff zu kommen und zu starten alter kein bock mehr ja die sind direkt wieder auf mich du musst nur dein Grab holen gell ok ich hab noch alles warte mal ich versuch mal aus der Luft ein bisschen Support zu geben ja mach mal wo sind die wo sind die alter die machen mich schon wieder plan was ist denn los was ist das was ist das für Drechtsviecher ich seh sie halt von hier oben nicht weil ich nicht komplett langsam fliegen kann wie hole ich mein Ding du musst zu deinem Grab laufen das siehst du das ist so ein Stein ich seh die Viecher halt nicht ich seh die Viecher halt nicht ich seh die Viecher halt nicht ich hab noch ein zweites Grab jetzt von mir irgendwo ich bin ja zweimal dadurch dass ich zweimal gestorben bin ich glaub die Viecher sind jetzt nicht mehr da oder ich hab mir jetzt mal 1500 Munition für den Blitzwerfer raus gelassen hast du jetzt dein Zeug oder hast du dein Grab wieder oder was ist jetzt ich hab gar nichts hast du in deinem Anzug Inventar geschaut weil ich hab am Anfang auch erst im Raumschiff geguckt und hab gedacht ich hab nichts mehr nein ich bin im Anzug Inventar what the fuck alter ja und ich seh nicht mal mehr ein Grab überhaupt jetzt sollen wir uns verpissen hier oder ja sollen wir uns verpissen ich hab nichts mehr ich vermute dadurch dass du das zweite Mal gestorben bist hast du deinen ersten Grabstein wahrscheinlich verloren ja dann lass mal hoch zur Raumstation ob echte Einheit wieder deaktiviert ne deaktiviert ja Alter ich komm zwar richtig ab hier ja glaub ich dir das ist ziemlich abgefuckt aber was sollen wir jetzt machen und du beschwerst dich dass du keine scheiß Frachter kriegst hast du eine Million Plätze mehr wie ich in deinem scheiß Inventar kann ich jeden mal upgraden und jetzt hab ich mein ganzes scheiß Inventar noch verloren ja das ist halt kacke wenn dann irgendwann das Spiel einfach asynchron ist und keine Ahnung ja das ist halt kacke wenn dann irgendwann das Spiel einfach asynchron ist und keine Ahnung Halste sich die Raumstation übel weit weg ja dass sich die Raumstation übel weit weg das ist halt so weit weg ja das ist halt so weit weg